Was geht Leute? Stiller Junge hier. Ich hoffe euch geht's allen gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video hat der eine mich anfangs an meiner Stimme erkannt, aber er wusste nicht wie ich heiße. Aber das Video ist auf jeden Fall übelst lustig geworden. Schaut es euch bis zum Ende an. Und bevor das Video losgeht, wollte ich mich nochmal bei MoritzVFX bedanken, da er mir einen richtig krassen YouTube-Kanal-Banner erstellt hat. Ihr könnt auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen auf TikTok MoritzVFX, der Link ist aber auch in meiner Beschreibung. Gebt gerne meinen Creator-Code Stiller Junge ein, um mich zu unterstützen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hallo, Alfred Geißler? Ja, hallo. Ich bin überfordert, was passiert hier? Wann musstest du das letzte Mal Krügel wegsaugen? Ich hab dich auf TikTok gefunden. Okay. Das ist auch was? Aber du hast keine Videos geblieben. Nee, nee, der ist anders. Ich weiß gerade nicht. Aber Bruder, ich hörste gestern Abend, hab ich so ein Video von ihm gefeiert, bevor er sagt, ich muss doch mal auf dem fucking Balkon oder so Krügel wegsaugen. Haltung. Haltung. Wie heißt du denn? Alfred Geißler heißt dich hier, wieso? Nein, auf TikTok. Was ist das? Was heißt High Tor? Ja? Was heißt High Tor? Achso, das ist so heiß. Tut mir leid, ich hab's nicht ge... Was? Nee, 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 nee. Ach, Mann. Am Ende, das kommt doch hoch, oder? Ich hab eins. Das ist so schön. Ich hab eins gebrästelbräunt. Gebräunt? Wie heißt du auf TikTok? Alfred Geißler. Warte kurz. Als ob du dich jetzt wirklich auf TikTok kennst. Junge, ich hab ihn direkt erkannt an seine Stimme. Macht er gute Videos? Na, es ist unterhaltsam. So, es ist auf jeden Fall unterhaltsam, Mann. Na? Shit. Wo ist der jetzt hin? Ich weiß es nicht. Digga, ich war mir sicher, ich hab so'n Song gehört, da rappen die immer so'n komischen Typ, so, der heißt Safe auch irgendwie Alfred Geißler oder so ähnliches. Meine Mutter kam grad rein, ich bin da. Oh, Geiß. Wie heißt du jetzt auf TikTok? Ich hab das nicht. Das war nur ein Spaß, ich bin das nicht. Du musst das safe. Nein, ich wollte nur nachmachen. Achso? Du willst ein Soundboard? Ja. Soundboard. Oh, mein Gott, ich hab den geholt, mein Onkel, so stolz sein. Oh, hilf mir, hilf mir. Lauf, Heintor. Digga, was mach ich denn? Hör doch mal. Doch, du machst die ganze Zeit so. Ich, 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 ich mag das nicht. Lauf, ich mag das echt nicht, das ist so komisch. Ich kann nicht, das ist so komisch. Lauf, du machst nichts. Kenn die sich oder was? Ich weiß es nicht. Äh, ich kenn den nicht. Doch, ich kenn den. Ich hab den gestern kennengelernt. Beim Heimbad. Der lauert so in Müll, Junge. Doch, du warst auch der mit dem Brustbehaarung. Junge, was hier ausgeht. Pater. Also, machst du jetzt TikTok oder was? Nee, ich glaub, ihr verwechselt mich einfach. Aber du kennst Heito. Ja, ich hab den gestern beim Heimbad kennengelernt. Oder was für Heimbad. Oder warst du das nicht? Ich war das nicht, bei Gott, nein. Ich kann mir alle verfolgen. Alfred, Alfred, doch bei den Feldern. Wir waren doch bei den Feldern, beim Heimbad. Ich erinnere mich jetzt. Ich google das jetzt. Was denn? Alles gut. Google jetzt Alfred Geisler. Du musst nichts finden. Und ich muss ganz doller furzen. Sag jetzt mal, wie du auf dich verreißt. Ich hab das wirklich nicht. Ich sag's ehrlich. Alfred Geisler ist kein Mörder. Erkennt mich. Erkennt mich und hat das nur so getan. Jetzt auf, Heito. Sonst müssen wir wieder schlafen, bei meinem Onkel, im Keller. Du bist so verwirrt, ne? Ehrlich, du bist so verwirrt. Ich check halt gar nichts. Weißt du, Heito, die geschlafen haben bei meinem Onkel? Dann hast du gesagt... Dann hast du doch gesagt, ich will bitte in der Mitte schlafen. Ich sag, ja mach doch. Dann kannst du die ganze Nacht nicht schlafen. Meist auch. Doch, wirklich. Er hat in der Mitte geschlafen. Wir haben alle ohne Socken geschlafen. Dann darf er in der Mitte geschlafen. Ja, aber du behältst auch immer deine Socken an. Das ist ekelhaft. Ja, das muss ich doch niemandem sagen. Ich hab hier ein Zahnbed platziert. Und Heito hat einen kleinen Schnauzbart. Ey. Das ist mein Bart. Kennt ihr euch jetzt wirklich, oder was? Ja, vom Heimbart gestern. Nein, jetzt ganz natürlich. Also, ich weiß nicht, ob das der ist. Bist du das von gestern? Mhm. Ganz früh. Du sagst gerade, du weißt nicht, ob er sitzt. Oder vorher. Du sagst, du hast in der Mitte bei meinem Onkel geschlafen. Cool. Da bin ich ein Onkel. Ich bin überfordert. Warte, ich hole den. Ihr baut euch einen. Ich muss ja, wenn wir uns einbauen haben. Ich bin so verwirrt. Ja, ich hab geklaut. Man wird es hier eigentlich dunkel in Fortnite. Ich dachte, wenn ich abends spiele, ist es hier auch dunkel. Aber das ist nicht so. Warum hast du... Danke, Alf. Du hast deinen ganzen Namen dahingeschrieben. Aber der so stand am Anfang, bei den Daten zu schwingen. Ey, 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 so hundertprozentiger. Wie heißt so, Frick-Tag? Schade, ich such ihn jetzt, Frick-Tag. Aber mach dich auf, meine Ohren. Was ist da, mein Mann? Ich hab dich nicht. Das bin ich nicht. Alfred, kannst du dich so holen? Geh, den macht doch. Ich bin tot, Alfred. Kannst du mal die Karte holen, Alfred? Alfie. Lass mich. Bitte, Alfie. Ich bin so verwirrt ausgemacht. Alfie, schnell, die Karte geht euch. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Was gab es? Ich musste wartet. Heito. Heito. He, heißt du nicht Heito? So wie es da steht, Mann. Was machst du? Ich laufe. Scheiße. Scheiße. Heito. Ja. Hast du den gefunden? Was hab ich? Hast du den auf Deckert gefunden? Nein, ich weiß nicht. Der hat wieder Eis, Mann. Was ist das? Willst du mal sagen? Ey, spring drauf. Schaff ich das noch? Nein. Ja, ja. Ach, dann doch. Boah, ich hab vielleicht Bauchschmerzen. Ich schaff das, ich schaff das. Wie alt bist du, Alfie? 16. Alfie, kannst du noch einen Zug holen? Ja, sofort. Danke. Hau mal bitte raus, wie du auf TikTok hattest. Ich kann nicht mehr. Alter, ausgeregst du dir und sagt, wie ich heule? Ich hab Bauchkrämpfe. Ich auch. Okay, ich hole euch jetzt, aber wo? Ist die Frage. Ähm. Ähm, mach. Ich geh hier hin. Links, links, links. Ich fühl schon fest, hast du bitte. Ich hab keins mehr, oder? Nein. Alles gut, Alfie, du bist der Beste. Du hast elf geäts. Ja, das mach ich immer. Hallo, du bist angerufen, hallo. Ja, warum habt ihr den Handy denn? Ja, ich kann grad nicht. Leg auf, ich spiele. Leg auf. Was ist das? Leg auf, was ist das? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann keine Waffe in die Hand nehmen. Was ist das, Mann? Das nächste Mal, du sollst nicht hochgehen, kannst? Diese Reaktion. Der hackt. Der hackt. Der hackt. Sag doch bitte, wie du am Team gekalst. Aber ich spiele auch eine Runde, Jungs. Na gut, eine mach ich noch. Ich hab echt keinen. Ich kann nicht nochmal. Weil der Lukas ist eine Lobby, ne? Ach so, ja.